Ja, hallo, herzlich willkommen, seid mir gegrüßt. In diesem Video werde ich euch kurz berichten, was ich über Gotham Knights denke und zum anderen gibt es noch ein kleines Update bezüglich meines Kanals. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet, welche Spiele ihr zukünftig sehen möchtet. Ich werde dazu ein paar Worte verlieren. Außerdem habe ich die letzten Tage ein bisschen gestreamt auf Twitch. Auch da werde ich euch ein paar Worte zu erzählen. In diesem Sinne, viel Spaß! Ja, Gotham Knights. Ich denke mal, viele von euch werden schon Reviews dazu gesehen haben. Das hier wird jetzt kein offizielles Review, super geschnittenes Video. Nein, das spare ich mir, weil ich sehe das einfach nicht ein. Wenn die Entwickler sich schon nicht so wahnsinnig viel Mühe geben, warum soll ich das dann tun? Hinzu kommt, dass die großen YouTuber sowieso schon alle im Voraus ihre Reviews fertig hatten. Und ich glaube nicht, dass ein Review-Video zu Gotham Knights noch große Views bringt. Daher gibt es jetzt hier nur kurz meine Meinung zu dem Spiel. Ja, grafisch ist das Ganze durchwachsen. Nicht so schlimm, wie der ein oder andere das vielleicht dargestellt hat in den letzten Tagen. Es gibt ja auf YouTube mittlerweile so Vergleichsvideos zwischen Batman Arkham City von 2015 und dem Gotham Knights, dem neuen Spiel jetzt. Und im Grunde regen sich die Leute darüber auf, aufregen in Anführungszeichen. Man sollte das vielleicht nicht alles überbewerten. Aber es fällt halt auf, dass die alten Spiele detaillierter waren und auch vom Artstyle her ein bisschen mehr wie Batman gewirkt haben. Die Welt in Gotham Knights wirkt so ein bisschen langweilig, generisch, nicht so düster und dreckig, wie es eigentlich sein müsste. Die Straßen wirken auch sehr leer. Ja, es laufen da hier und da Passanten rum, aber es fühlt sich halt alles so leblos an. Wenn man die Straßen mal vergleicht mit irgendeiner Stadt in... Ja, selbst Cyberpunk hatte eine bessere Open World meiner Meinung nach. Also die Open World in Cyberpunk hat sich belebter angefühlt als die in Gotham Knights. Und den Vergleich mit Red Hat Redemption oder Grand Theft Auto, den stellen wir gar nicht erst an. Da hat Gotham Knights überhaupt keine Chance. Ja, es gibt Performance-Probleme. Bei mir hielt es sich aber noch in Grenzen. Ich konnte es auf jeden Fall spielen. Man merkt es aber, wenn man durch die Open World reist, auf dem Motorrad oder wenn man durch die Lüfte schwingt, dann hatte ich hier und da immer wieder Bildeinbrüche. Ich habe eine RTX 3080 und 32 GB Arbeitsspeicher. Das hilft natürlich. Ich denke mal, viele Leute, die einen etwas weniger potenten Rechner haben, die kriegen da schon Probleme bei dem Spiel. Ich kann nur sagen, für mich war es spielbar, gelegentliche Ruckler. Das hat mich jetzt aber nicht so wahnsinnig gestört. Was mich hingegen wirklich gestört hat, war das ganze Game Design. Dieses Spiel ist so unfassbar langweilig. Als ich das gespielt habe und ich habe das jetzt ungefähr vier Stunden gespielt, also mein Gesichtsausdruck war ja ziemlich neutral. Ich war weder wütend, noch habe ich mich gefreut. Einfach nur neutral. Und das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Emotion, die ein Spielentwickler anstrebt bei den Spielern. Ja, wo fange ich am besten an? Ich denke, man kann das so zusammenfassen. Alles, was man in diesem Spiel tut oder sieht, hat man auch schon woanders erlebt. Es gibt natürlich ein Level-System. Das heißt, man levelt den eigenen Charakter auf. Man kann dann anhand von Skillpunkten neue Skills erlernen. Das habe ich auch schon in tausend anderen Spielen gesehen und wahrscheinlich auch besser umgesetzt. Ihr schwingt euch dann durch die Stadt. Ihr habt am Anfang so einen Greifhaken. Das wirkt so ein bisschen wie Spider-Man, wie ihr da durch die Luft wirbelt. Ja, das ist ganz witzig, aber das hat man halt auch schon in Spider-Man gesehen. Man kann dann später im Verlauf wohl andere Fortbewegungsmöglichkeiten freispielen. Soweit habe ich aber nicht gespielt, weil das beinhaltet nämlich ein bisschen Grind in der Open World. Auf diesen Grind hatte ich überhaupt keine Lust. Und das führt mich eigentlich auch zum nächsten Punkt. Zwischen den Hauptmissionen müsst ihr immer wieder in der Open World Verbrechen bekämpfen. Ja, ihr habt also überall auf eurer Map Verbrechen angezeigt, so kleinere Verbrechen. Da müsst ihr dann hin und die Leute verprügeln. Teilweise ist das auch zeitlich begrenzt. Das heißt, ihr müsst innerhalb einer bestimmten Zeit die Verbrecher besiegen. Ansonsten explodiert eine Bombe oder so. Ja, so weit, so unschön. Spaß macht das jedenfalls nicht. Und das müsst ihr zwischen den Hauptmissionen auch immer wieder machen, damit die Story überhaupt weitergeht. Ihr sammelt nämlich, wenn ihr die Verbrecher besiegt, Informationen automatisch. Keine Ahnung wieso, aber es ist einfach so. Und ja, dann kann es halt weitergehen. Ich hatte darauf auch irgendwann keine Lust mehr. Ich fand es einfach todlangweilig. Das ganze Spiel, ich wiederhole mich, ich weiß, aber es hat mich zu Tode gelangweilt. Das Kampfsystem ist halt so, wie man es auch schon in tausend anderen Spielen erlebt hat. Ihr weicht aus, ihr schlagt zu, dann weicht ihr wieder aus, dann schlagt ihr wieder zu. Zwischendurch gibt es halt größere Gegner. Da müsst ihr dann hart zuschlagen und ausweichen. Dann schlagt ihr wieder hart zu, dann weicht ihr wieder aus. Im späteren Verlauf habe ich gesehen, ich habe nicht so weit gespielt, aber ich habe gesehen, es kommen noch andere Gegner hinzu, die quasi jeden eurer Angriffe dodgen. Die könnt ihr dann nur mit einer Spezialattacke quasi verwunden. Ja, das hört sich nach besonders viel Spaß an. Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt vier Stunden gespielt. Ich hatte keine Lust mehr. Ich habe es deinstalliert. Ich kann es leider nicht zurückerstatten, weil ich halt die zwei Stunden überschritten habe. Aber so ist das halt. Ich bin auch eigentlich ein Batman-Fan. Ja, ich bin ein DC-Fan. DC hat mir schon immer besser gefallen als Marvel. Aber nein, dieses Spiel, nein, da spiele ich tausendmal lieber die Arkham-Reihe. Und die hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, vielleicht liegt es halt auch mit daran, dass man in Gotham Knights nicht Batman spielt. Batman ist ja tot. Das ist auch kein Spoiler. Das erfahrt ihr innerhalb der ersten zehn Minuten des Spiels. Und Batman ist tot und dann übernimmt hier die Rolle einer von seinen Kumpanen. Ja, und das hat mir vielleicht gefehlt. Ja, also es ist eigentlich egal, wen ihr spielt. Ob ihr Batgirl spielt oder Robin oder Nightwing und wie sie alle heißen. Oder dieser Deadpool-Verschnitt. Red Hood heißt der. Ich hatte immer das Gefühl, ja, eigentlich würde ich lieber als Batman spielen. Ich weiß nicht, ob die Entwickler sich damit einen Gefallen getan haben, Batman aus dem Spiel zu nehmen. Das ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung gewesen. Meiner Meinung nach die falsche. Also, ich bin mir sicher, Gotham Knights wird seine Fans finden. Weil es gibt ja immer wieder Leute, die das mögen. So eine Open World, die man ein bisschen grinden kann. Ja. Also, wenn eure Ansprüche nicht wahnsinnig hoch sind. Und wenn ihr solche Spiele mögt, solche Open World Spiele, ja, dann könnt ihr zuschlagen. Wobei ihr vielleicht doch lieber auf einen Sale warten solltet. Der wird sicherlich nicht lange auf sich warten. Das Spiel hat ja jetzt auch nicht wahnsinnig gute Kritiken erhalten. Aber das habe ich oft bei diesen Spielen vom Entwickler Warner Brothers. Er hat das ja entwickelt. Egal, ob es jetzt die Mittelerde-Spiele sind, wie Schatten des Krieges oder Mordor's Schatten. Auch das Mad Max-Spiel. Das hat mich alles irgendwie nicht überzeugt damals. Ich fand das alles so furchtbar repetitiv und langweilig. Und genau in diese Kerbe schlägt leider auch Gotham Knights. Die alten Spiele wurden von Warner Brothers gepublished, aber von Rocksteady entwickelt. Und ja, das wäre besser gewesen, wenn sie Rocksteady wieder daran gesetzt hätten. Ja, was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Es ist bestenfalls ein mittelmäßiges Spiel. Wer auf solche Open World Spiele steht, der kann es sich ja mal angucken. Nur ich bin diese Spiele so langsam wirklich leid. Ich habe keine Ahnung, wie viele Open World Spiele in den letzten zehn Jahren gespielt. Das waren sicherlich Dutzende. Viele davon habe ich durchgespielt. Nur ich bin es jetzt wirklich leid. Ich will was Neues. Gebt mir was Innovatives. Gebt mir irgendwas, was ich noch nicht hundertmal gesehen habe. Gotham Knights bietet mir das leider nicht. Ja, ich wollte jetzt, wie gesagt, kein riesiges Review dazu machen. Das wäre auch unfair gewesen. Ich habe es halt vier Stunden gespielt. Das wäre unfair gewesen, euch jetzt vorzugaukeln. Ich hätte es durchgespielt. Ich finde halt, solche Spiele sollte man schon längere Zeit spielen, um halt auch ein richtiges Review dazu machen zu können. Das ist jetzt mehr mein Eindruck nach vier Stunden. Und ich kann euch sagen, ich habe keine Lust mehr. Also, ich mache jetzt hier einen Cut. Mehr wird über Gotham Knights nicht verloren. Ihr könnt euch ja bei anderen YouTubern, bei den größeren YouTubern, die schon vor Abzugang zu dem Spiel hatten, auch ein Bild machen. Aber ihr werdet feststellen, die werden eine ganz ähnliche Meinung haben wie ich. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte eine Umfrage gestartet, welche Spiele ihr auf meinem Kanal gerne sehen würdet. Oder sagen wir mal, welche Genres. Und da haben Strategiespiele ganz gut abgeschnitten. Das werde ich mir natürlich zu Herzen nehmen. Ihr werdet auf meinem Kanal, sofern es möglich ist, mehr Strategiespiele sehen. Jetzt aktuell habe ich keins, ehrlich gesagt, was ich euch präsentieren könnte oder möchte. Aber da kommt sicherlich demnächst was. Ich habe Männerlords auf jeden Fall im Blick. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen ein Video dazu gemacht. So, Aufbauspiele, da bin ich ja immer für zu haben. Was ich nicht spielen werde, sind diese super komplizierten Spiele von Paradox, diese Globalstrategiespiele. Da bin ich einfach zu blöd für. Sorry. Also, da müsst ihr woanders gucken. Da kann ich keine Videos zu machen. Ich spiele diese Spiele und habe ständig drei Fragezeichen über meinem Kopf. Nein. Also, die Paradox-Spiele, nein. Aufbau-Strategiespiele, sehr gerne. Ich bin als Jugendlicher halt auch mit Spielen wie Age of Empires und Command & Conquer aufgewachsen. Von daher haben diese Spiele auch immer einen Platz in meinem Herzen. Ich werde da zukünftig mal darauf achten, dass ich häufiger Videos zu solchen Spielen mache, wenn es denn eins gibt. Ich muss mir halt auch nochmal gut überlegen, was für Videos ich rausbringe, weil erstens ist es verdammt viel Arbeit und es soll sich ja auch irgendwie lohnen. Deshalb bin ich ganz froh, dass die Darktide-Videos so gut angekommen sind. Vielen Dank an alle, die sich das angeguckt haben. Und herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten. Ich werde zu Darktide auf jeden Fall noch ein Event starten, wenn das erscheint. Ich werde auf meinem Discord-Server ein Co-Op-Event haben. Also, ihr könnt dann mit mir zusammen spielen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt dann bei uns auf dem Discord einfach joinen. Ich habe den unten verlinkt. Würde mich freuen, wenn ich euch dort begrüßen darf. Ja, wie gesagt, ich muss halt vor jedem Video schauen, was lohnt sich. Es muss halt ein Spiel sein, welches halbwegs angesagt ist und welches ich nicht erst 60 Stunden spielen muss, um mir eine abschließende Meinung dazu zu bilden. Weil dann habe ich das Wettrennen gegen die größeren YouTuber direkt verloren. Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Daher ist das für mich immer so eine Art Balance-Akt. Aber ja, okay. Ich habe es verstanden. Ihr wollt mehr Strategiespiele sehen, kriegt ihr, kriegt ihr. Sobald es was gibt, was irgendwie interessant ist, mache ich dazu ein Video, versprochen. Ja, zu guter Letzt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich meine Twitch-Streaming-Karriere gestartet habe. Aber ich habe die letzten zwei Tage so ein bisschen gestreamt. Ich fand das ganz witzig. Ich hatte Gotham Knights gestreamt. Das war nicht so witzig. Aber der Chat mit den Leuten, das macht schon Spaß. Ihr könnt mir ja einfach mal folgen auf Twitch. Ich habe das auch unten verlinkt. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich jede Woche 20 Stunden streame. Und wie sich das in Zukunft entwickelt, weiß ich einfach auch noch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich hin und wieder mal den Stream anschmeiße, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. So, zum Abschluss möchte ich euch noch ganz kurz erzählen, was ihr dieses Jahr noch erwarten könnt. Natürlich Darktide kommt am 30. November raus. Da mache ich halt auch ein Event. Da mache ich mehrere Videos zu. Da gibt es auch ein größeres Review. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich warte jetzt seit zweieinhalb Jahren auf dieses Spiel. Ich kann es kaum noch erwarten. Dann erscheint Ende November auch noch Evil West. Ein Fantasy-Shooter im Wilden Westen. Ihr könnt dort Zombies und sonstiges Getier über den Haufen schießen. Ich glaube, das hat auch Koop. Da freue ich mich auch schon drauf. Da werde ich wahrscheinlich auch ein Video zu machen. Ja, und dann ist halt auch schon fast wieder Weihnachten. Es wird sicherlich noch ein Video geben zu meinen Tops und Flops dieses Jahr. Und das war es wahrscheinlich auch. Viel mehr Interessantes kommt dieses Jahr auch, glaube ich, nicht. Vielleicht ja noch ein kleines Indie-Spiel, welches ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Ich habe hier auf meiner Wunschliste so einige Spiele, auf die ich noch warte. Ich nenne jetzt nur mal als Beispiel Falling Frontier. Da sollte ja eigentlich schon vor einem halben Jahr eine Demo erscheinen. Die lässt leider noch auf sich warten. Ich habe keine Ahnung, wann da was kommt. Aber das kann nicht mehr zu lange dauern. Ist ein Strategiespiel im Weltraum. Sieht wahnsinnig gut aus. Wenn da irgendwas Neues kommt, gibt es auch ein Video. Dann kommt Anfang 2023 Atomic Harten. Ein Ego-Shooter, soweit ich weiß, aus Russland. Sieht richtig interessant aus. Nächstes Jahr kommt auch Arc Raiders, ein Koop-Shooter von ehemaligen Battlefield-Entwicklern. Sieht richtig gut aus. Da freue ich mich auch drauf. Ja, es ist am Horizont schon einiges zu sehen, was mich interessiert. Männer Lords natürlich. Da hoffe ich auf einen Release im Jahr 2023. Starfield kommt 2023 raus. Trepang 2. Der Shooter hat mich richtig umgehauen. Den könntet ihr euch auf Steam mal auf die Wunschliste setzen. Gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, das kommt nächstes Jahr. Geplant war dieses Jahr, das glaube ich aber irgendwie nicht so richtig. Hoffen wir mal auf einen Release nächstes Jahr. Ja, da ist einiges noch in der Pipeline, auf das ich mich freue. Nur halt dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Starfield 2 sollte ja eigentlich jetzt auch erscheinen. Das ist durch den Krieg in der Ukraine dann leider ins Wasser gefallen. Wollen wir hoffen, dass es nächstes Jahr erscheinen kann. Sofern Vladimir Putin nicht auf die Idee kommt, eine Atombombe auf Kiew zu schmeißen. Besteht zumindest eine Chance, dass das Spiel nächstes Jahr erscheint. Wir werden sehen. Ja, nochmal vielen Dank an alle, die sich das Video bis dahin angeschaut haben. Vielen Dank an alle neuen Abonnenten und ich würde sagen, bis demnächst.